die nachricht war gleich in dem blitze gedrungen an der pförtner ohr ii des palastes offenem tor sich näherte des zugespitze sie sahen den schmucken vordermann der achzig sklaven mit verbeugung für einen fremden könig an und wollten drum zur ehrbezeugung im küssen seines kleides saum doch der erwiderte gebt raum und bügt euch lieber vor dem rechten ich bin nur einer von den knechten in unsres großen herrn sold so stieg der zug hinan die treppen die schwarzen hatten auch zu schleppen an ihrer schweren last von gold und von den weißen angeleitet betraten sie den lichten saal des divans längst schon vorbereitet und überaus gespannt befahl des sultan daß man ihnen platzgewehre kunstgerechter weise für im gereihten halben kreise beeilten sie sich ihren schatz am fuß des thrones aufzustellen worauf noch wohl versehen im amt sowohl die dunklen als die hellen sich niederwarfen insgesamt die mutter nahte nun dem thron und sprach mit vielen huldigungen hier sendet aladdin mein sohn erhabener was du dir bedungen er hofft es werde dir gefallen und der prinzessin ebenfalls der sultan kaum ein wort soll allen imstande mit geregtem hals und überzeugt in wolle necken im druck der sinne blickte bald verwundert auf die vierzig becken mit ihrem funkelnden gehalt von größerem wert als ganze länder bald auf die fürstlichen gewänder der achtzig wohlgestalteten sklaven und sagte laut zum großes herr fürwahr der himmel soll mich strafen wenn ein geschenk wie dieses hier jesult uns zeuchtern waggeboten so ist es stimmte jener bei zumal er einsah daß der knoten nicht anders mehr zu lösen sei wie hätte noch der fürst sein wort zurückziehen können als empfänger von solchem beispiellosen hort er fragte jetzt sogar nicht länger nach des bewerbers rang und stand und nach allen anderen eigenschaften für jeden vorzug konnte als pfand sein ungeheurer reichtum haften geh sprach er drum im milden ton zur mutter melde ihm das mit warmen gefühlen ich und offenen armen ihn grüßen will als schwiegersohn so waren jetzt nach harten ringen die schwierigkeiten weggeräumt sie selber durfte im kunde bringen das alles was sie sich erträumt was für unmögliche gegolten was als verrückte ziege scholten und was ihm ihrer zweifelssucht veragt als rüffelhaft verstiegen ihm jetzt als reife frucht bereit war in den schoß zu fliegen er war wenn auch überschwänglich beglückt ließ keine zeit entfliehen um das zu tun was unumgänglich in zu des werkes krönung schien er hieß den geist von neuem kommen und sprach als dieser schnell genaht bereite mir sofort den bart und bring nachdem ich es genommen wie ein gewand so reich und prachtvoll wie sonst es nur ein könig trägt er fühlte drauf als ball sich machtvoll erfasst und durch die luft bewegt ein schöner raum an allen wänden wie bunten marmor ausgelegt empfingen dort bedient gepflegt von zarten unsichtbaren händen nahm er das badende einer laun von wohlgeruch erfüllten flut sodann erquickt und ausgeruht konnte er in den spiegel schauen daß er zu seinem vorteil ganz verwandelt schöner war und schmucker statt des bisherigen gewanns das immer noch den armen schlucker verraten hatte fand er leider so prächtig somit gold bestickt daß jeder prinz und fürst als neider nach innen hätte hingeblickt sobald er fertig angezogen erschien der geist auf seinen wink und er gebot ihm zeig dich flink ich habe mittlerweile erwogen was mir noch fehlt ein edles roß verlange ich das an schönheit alle verdunkelte in der sultans stalle zu diesem ferne einen tross von sklaven jenen gleich zu achten ein kleider prunk und stattlichkeit die mir ein geschenk dem sultan brachten acht sklaven dann zum geleit für meine mutter deren jede ihr ein so köstliches gewann soll bringen das im ganzen land bald von nichts anderem mehr die rede auch einen beutel mit zehntausend goldstücken brauche ich noch nur schnell ein zwerg der geist entschwebte sausend und alles war ihm nur zur stelle den sklaven gab aladdin befehl zur mutter hinzueilen und ihren staatsglied anzuziehen das bare gold ließ er verteilen und feine sklaven mit der weisung sie sollen's auf der ganzen länge deswegs mit voller hand zur speisung der armut werfen in die menge er stieg zu pferd und zog ihm mitten des trosses durch die straßen hin selbst kennen kam nicht in den sinn daß er noch nie zuvor geritten weil mit dem feinsten ebenmaß und anstand er im sattel saß vielköpfig massig nicht zu zählen lief wiederum das volk herbei betäubend schwang aus allen kehlen sich bei vollruf und jubelschrei besonders wenn vom sklaven tross geschnell bis ungewollter segen so rechts wie links ein hagel regen von goldenen münzen sich ergoß wer war der ritter hoch zu ross bei namen konnte ihn niemand nennen nicht einmal einer unter zehn die noch vor kurzem ihn gesehen den alten aladdin erkennen er jüngst noch dürftig unanselig sah sich nun selber nicht mehr ähnlich denn zu der lampe wunderkräften gehörte die geheime macht dem glückspilz den sie hochgebracht auch äußeren adel anzuheften so lag am tage sonnenklar das alter bracht womit er prunkte doch sein verdienste würdig war er wurde rasch zu mittelpunkte für jedes auge ja auch zu enthob zum himmel in des volkes lob und gönnte gern in dieser erde vollkommenstes und reichstes heil bis zum palast der mittlerweile gelangt stieg artiger vom pferde die pferdner bildeten zwei rein von tor zu tür um dem empfang vermehrte würde zu verleihen durch dieser schritt er sacht entlang trat in den saal und vor den thronen der sultan seiner harren schon war überrascht und höchst erbaut sowohl von seiner prachtentfaltung wie seinem wuchs und seiner haltung schritt ihm entgegen zog ihn traut ihm während auf die knie zu sinken an seine vaterbrust und ließ indem er ihn willkommen hieß in sitzend dich zu seiner linken erlauchter fürst sprach aladdin ich danke dir daß meine erkühnen statt es durch harten spruch zu söhnen so nachsichtsvoll du mir verziehen ich wüßte nichts was mich entschuldigt als daß mein herz von holbem zwang besiegt in willenlosem drang der reizenden prinzessin huldigt und daß die liebe die gewaltsam in meinem innern flammt und lot nicht enden wird bis unaufhaltsam mein leben selbst erlischt im tod mein freund versetzte halbem scherz des sultan und durch dieses feuer heillos versenkt zu sehend dein herz halt ich verdann dich viel zu teuer ist dies das mittel dich zu töten so weiß ich was dich heilen soll er gab in zeichen flugs erscholl musik von zimmeln und von flöten er führte daraufhin liebevoll zum wunderbaren nebensaal worin bereits auf goldenen tellern war aufgetischt ein leckeres mahl das aus den kaiserlichen kellern versorgt war mit dem besten wein der sultan aß mit ihm allein der großvisier und all die herren von rang und von geblüht umkreisten den vollbesetzten tisch von fern und mußten zusehen wie sie speisten kapitel neun gelesen von elli